Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier zum ersten Video auf meinem Kanal. Und heute spielen wir eine Runde Happy Wheels. Ja, da sind wir auch schon hier im ersten Level. Das ist der stinknormale Obstakel-Kurs. Und ich hab's direkt... ...kackt. Wir sind bis diesmal ein bisschen weiter. Zumindest wir mal ein Stückchen weiter geschafft. Okay, das ist nicht so... okay. Okay, okay. Und hier runter und darüber und kommen da einfach durch. Und ja, komm, kein Problem. Ja, und hier haben wir's durchgeschafft und... ...ausrechnet hier bleiben wir stecken. Ähm... Ja. Hier runter, diese Dinger entlang, diese Harpune, was auch immer das ist, überleben. Und nein, das sieht nicht gut aus und hier haben wir's geschafft. Und, äh, da ist die Harpune. Oh, ähm, haben wir überlebt. Let's keep going. Äh, ja. Ich sollte vielleicht noch anmerken, dass ich Happy Wheels nicht sehr häufig spiele. Crap! Komm, das Ding im Hals, kein Problem. Komm, da kommen wir doch noch easy durch. Ja, sag ich doch. Und dann müssen wir nochmal zurück und... Äh, war keine gute Idee. Ich weiß auch im Vorhinein noch gar nicht, wie lange das Video hier wird, weil ich nicht weiß, wie lange ich aufnehmen werde, wie lange ich die Geduld haben werde, dann wie viel Zeit ich habe. Ich bin mir so langsam nicht mehr sicher, ob ich dieses Spiel oder zumindest dieses Level noch lange weiterspielen möchte. So, jetzt haben wir's schon mal bis zur Axt geschafft. Und hier Harpune, die kriegen wir diesmal auch wieder geschmeidig hin. Ja, hab ich doch gesagt. Und wieso wollen wir jetzt rückwärts? Wieso sah das irgendwie gewollt aus? War das aber nicht. Soundpark! Easy, weiter, komm. Ja, ich weiß. Ich bin ein anderes Level. So, wir sind jetzt hier im nächsten Level. Space, move. Ah. Shoot. Okay. Space, hoch. Shift. Ah, das ist das Ziel. Jetzt verstehe ich's. Ich muss den Apfel treffen. Das war falsch. Ebenfalls. Das war wieder zu hoch. Ja. Ja, geschafft. Ähm. Ich hab jetzt, ich hab jetzt einfach mal irgendein random Level rausgesucht, aber, äh, ich weiß nicht so ganz, was das Ziel hier ist. Muss ich einfach nur die Coins sammeln? Oder? Ähm. Okay, das war vielleicht jetzt nicht so die Co-Tätin. Ähm. Muss ich jetzt den Schinken holen? Ich glaube, ich muss jetzt den Schinken holen. Okay. Ähm. Ja, das... Ja. Ähm. Okay, wir müssen die jetzt hier verfolgen. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Äh. Äh, C, Rau, was? Ich hätte mit Microsoft irgendwelche Taste ich drücken müssen. Okay, jetzt weiß ich, was ich drücken muss. Oh, Gott! Ultimate Payback. Ja, das ist wunderschön. After them. Mhm, mhm, mhm. Speed up. Speed up. Prepare to eject. Eject. Perfekt. Perfektor. Okay. Und hier das nächste Level. Und ich habe jetzt schon ein bisschen Angst. Das war falsch. Ähm. Ah. Äh. Ähm. Ich bin auf jeden Fall schon ein bisschen weiter. Und hier durch. Über die abgeschnittenen Gehörberteile. Hier. Ich bin doch... Ich bin doch gesprungen. Ähm. Kann ich hier nicht... Ach, falsche Taste. Okay. Weinkeller. Sind hier Weinfässer. Kleine, große. Ich habe da... Ich bin gesprungen. Ähm. Ich bin da lang. Äh. Weiß was, was... Wie? Ich habe ja schon erwähnt, dass ich Happy Wheels normalerweise nicht sehr oft spiele. Jetzt gucke ich es wieder hier lang. Ah. Okay. Okay. Das hat mir zum Glück verfehlt. Das finde ich. Ähm. Okay. Äh. Ja. Eine Minute. Ja, damit soll ich euch sagen, war es das jetzt für diese Folge Happy Wheels. Ich würde mich natürlich freuen, äh, dass, wenn es euch gefallen hat, dass ihr einen Daumen nach oben gebt, äh, generell auch abonniert. Und, äh, ja, dann sieht man sich vielleicht in einem neuen Video. Sei es Happy Wheels oder was anderes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.